Wir hören Putin reden und das wird immer bombastischer im wörtlichen Sinne. Er droht mit immer mehr militärischer Gewalt. Gibt es denn überhaupt kein Fünkchen Hoffnung, dass irgendjemand mal sagt, ich kenne den gut, lass uns versuchen zu verhandeln. Ich sehe das auch in der Europäischen Union nicht. Da reden wir alle, auch wir Journalisten, über welche Panzer haben wir noch, welche Panzer können wir liefern. Welche Systeme können wir liefern? Selenski war gerade in Washington, hat Patriot-Abwehrsysteme gekriegt, aber auf ewig können wir die ja auch nicht liefern. Die Bundeswehr ist schon blank oder nackt, wie der Inspekteur gesagt hat. Also ich bin auch mal gespannt, ich bin jetzt auch kein Militärexperte, aber diese Systeme sind ja sehr kompliziert, die muss ja auch jemand bedienen. Also das hat der Biden ja auch gesagt, sie müssen erstmal geschult werden. Drei Monate dauert das. Und wer es dann macht, wo man es macht, ist glaube ich auch noch nicht raus. Also das sind alles so spannende Fragen. Die EU finde ich ist ein sehr wichtiger Aspekt, also wenn, stimme ich zu, Deutschland alleine kann es nicht. Vielleicht würde irgendwas im Verbund mit den anderen europäischen Staaten gehen, gerade Frankreich. Vielleicht kann man in der Frage auch nochmal wieder auf Großbritannien zugehen. Das kann man ja lösen, auch wenn die nicht mehr in der EU sind, aber dass es da einen Verbund gäbe, sehe ich aber im Moment auch nicht. Also da fehlt es dann auch tatsächlich an Initiativen. Für mich auch so ein bisschen, weil Deutschland nicht, oder es liegt so ein bisschen daran, nach meinem Dafürhalten, weil Deutschland nicht mehr so präsent ist in der Europäischen Union, wie wir es mal waren. Da könnten wir vielleicht mehr machen. Herr Macron macht gerade auch nicht so viel. Da spielen, glaube ich, dann ganz elementare französische Sicherheitsinteressen rein, die auch nicht immer mit den Unsigen deckungsgleich sind. Aber ich würde mir wünschen, dass bei der EU mehr passiert. Ich würde mir auch wünschen, dass Frau von der Leyen nicht ständig immer von einer europäischen Armee redet, die wir sicherlich irgendwann mal brauchen. Das macht vielleicht strategisch Sinn, aber in diesem Augenblick sehe ich das auch so. Man müsste wirklich versuchen, mehr zu reden und das passiert gerade sehr wenig.